mhm 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 können wir jetzt die Runde beenden danke können wir jetzt endlich auf spieler warten danke was zur Hölle wie schnell heilen sich die scheitschbärer kein wunder dass die so lange überleben halt echt die heilen sich irgendwie in einer runde schneller als der gegner sie vernichten kann produktion werden in utrecht was kostet so ein scheiß arbeiterboot 30 runden ein bisschen 4 es dauert aber halt ja alles so lang schreien aber schreien ist jetzt nicht so meine priorität wassermühle wassermühle was spricht denn gegen eine ordentliche wassermühle nichts dann könnt ihr noch eine windmühle bauen oder eine kornmühle kohlkopf mühle eine buttermühle wenn ich sie fertig bekomme erst mal gucken da ist jetzt ein jagdlager okay dann bauen wir jetzt hier in bauernhof fertig der irgendwie schon fertig ist jetzt okay was auch immer spiel was auch immer du sagst informationsglaubenssatz hinzugefügt ja bei mir auch gut dass er hat eine plantage das da hat ein bauernhof sehr gut das hier hat egal ich habe gleich philosophie dann kann ich philosophieren was wäre wenn und wenn wäre was und wer ist dieser rolf dessen namen sie verständlich falsch schreiben ich glaube jetzt sterben sie glaube ich gleich nein nein wow bitte was du bist ein holender du bist ein verfickter wichser weißt du das ich doch nicht das hast du nur gebaut und vor mir fertig bitte was ich verliere alle ressourcen wenn ich jetzt die produktion ändere alter bist so ein Hurensohn das hat doch ewig gedauert ne 40 Runden du Arschloch ja so dann Münzanstalt interessant super ich verliere jetzt echt die gesamte produktion oder was alter wie scheiße ist das denn gemacht super wegen diesem Hurensohn verliere ich jetzt irgendwie 30 Runden an Produktion oder über 30 Runden das wusste ich doch nicht nein ich habe dir auch nicht mehrfach gesagt dass ich das baue ja so wieso hallo ich glaube ich will mal ein paar katapulte bauen sobald man fertig ist ich hatte das schon im bau wo du es gesagt hast ja ja abgeschmissen ja ja klar deswegen hast du es auch nicht erwähnt ich habe ja genauso lange drangebaut wie du ja ja ich werde mal meine städte demnächst erweitern warschau klingt sehr nach einer niederländischen stadt das ist jetzt auch wirklich was sollste wieso brichst du das ab technologie warum öffnen ich könnte mal gilden vor allem man verliert die gesamte produktion wusste ich aber nicht wir haben ja eigentlich nichts miteinander zu tun ja aber trotzdem theoretisch ja ich meine ja deswegen der quatsch nur weil ich die gebaut habe so wieviel katapulte brauche ich um delphine zu vernichten eins wahrscheinlich vielleicht soll ich einen reiter bauen das geht schneller mal kurz gucken ob da auch wirklich alles steht verpisst euch da mal super jetzt habe ich irgendwie 30 runden verspende wegen dem uhr und so weil auch nichts gesagt ne ich wusste das nicht wirklich ja außerdem war ich schon dabei dann hätte ich sowieso nicht abgebrochen ich hätte das höchstens erst gar nicht anfangen sollen aber jetzt weiß ich ja bescheid ich habe es ja überhaupt nicht erwähnt oder so wie gesagt ich wusste das nicht das wusste ich ja gar nicht die sind endlich fertig dann kann ich ja jeden mal reparieren gehen ich hoffe die veralten gleich wieder dass irgendeine technologie erforscht wird oh wow Frankreich hat jetzt schon überall 10 in seinen städten Frankreich hat das echtes Problem vielleicht sollte ich mal die Ottomanen angreifen die scheinen nicht so mächtig zu sein zum Glück können Fernkämpfer keinen Fernangriff zurück machen das wäre auch albern wenn das gehen würde so Sägewerk errichten so ihr braucht noch ne Weile bis ich mein Eisen endlich mal bekomme ich brauche doch Eisen in meinem Blut das ist wichtig was ist denn überhaupt ne Kork kann ich das irgendwie nachgucken nein gibt es denn hier keine Zillipedia Diplomatie ähm ähm haben die hier keine Zillipedia mehr Hilfe ah da ähm Mittelalter Mittelalter müsste das sein ähm Watt Werkstatt äh das ist nicht was ich suche ähm ähm nein auch nicht was ist denn der Scheiße da musste irgendwo ein Spielkonzept das verstehe ich eh nicht so ähm Zivilisation und Staatsoberhob da na alles so so wegen wen spielen wir überhaupt alles warten auf Spieler ja gleich mal gucken was die so können überhaupt mhm wie er diese Kork ist nicht gut oder warum er das ausfällt Kork ah ich kann natürlich einfach rechts klicken ach rechts klicken natürlich nicht links klick rechts klicken gestalt unrechtes gewachsen das ist schön das heißt ich habe jetzt noch weniger zufriedenheit als vorher geil gut dass die gewachsen ist ein eine Korkbaum bisschen zu verlachen Ertrag Nahrung plus 3 ja wow Sumpf und Schwemmland ah geil das ist ja richtig nutzloser Schlott äh so gewert 1 Volumen ist uns gut wow oh wow ach das ist ja richtig OP ach schon wieder Leute da ach toll jetzt will ich gleich meine Modernisierung kaputt ach ja wen haben wir noch so die Perse hatten wir noch Persien wo ist denn da ne ne womit Arabe ne gschma gschma was mach ich denn nicht Arabe äh musketier ok schnittschu mhm Zirkus gebaut ist auch schon was schönes ich könnte Tempel bauen gibt es irgendwas ohne Unterhalt mhm Stadtmauern Stadtmauern oh ich könnte Wunder bauen dass dann Delfio plötzlich vor mir abgeschlossen hat so Karapult 16 Runden hm entlang einer Grenze sind die Stadtmauern toll was ist das denn wenn Schmachsinn so ich wollte noch weiter gucken hm Handelsposten hm 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 doch irgendwie Deutschland nehmen sollen oder vielleicht England ne England ist auch irgendwie scheiße was ist denn nicht scheiße gibt es irgendwas das nicht scheiße ist keltenreich ja sieht auch irgendwie scheiße aus Korea ja Korea ist eh scheiße was kann Japan denn so Samurai und Zero oh wow erst hier ankommen und dann abhauen wollen oder was komm du gehst jetzt sterben dann gibst du mal Fahrerspunkte hier ein Level Up ich könnte da mal noch erkunden was ist da noch was interessantes so jetzt gehen wir mal her aktivieren nein Dichter und gründen wir eine Stadt so Produktion wählen und baust du grad irgendwelche Weltwunder nein ich habe das Gefühl dass du mich anlügst jetzt ist gleich fertig nein ich brauche zurzeit nichts oh wow ich kann ja anfangen damit was kannst du denn bauen ich könnte das Orakel bauen wie lange würde das bei dir dauern staatliche Hochschule oder national nationale Pass oder Post wie lange würde das Orakel bei dir brauchen 35 Runden achso na gut nächste Runde bei dir nicht jetzt mach nächste Runde wir haben nicht so viel Zeit wir haben keine 35 Runden Zeit in dieser Runde ich such dir ein neues Naturwunder ja dann such mal weiter und ich habe Eisen sechs Mal und acht Pferde Käsespitzel oder das gibt's Liene errichten ich hörne da einfach manchmal auf mit Pilzsoße ich kack einfach in den Eimer und in den Schokopudding fertig ab so wie lange braucht ihr denn noch fragt mal an Jungs 14 Alter hier alle so ewig lang dauert warte mal kurz warte mal kurz du hast zwei warte mal kurz du kriegst 50 Punkte durch Wunder durch Wunder und wow genau du bist trotzdem nicht so weit von mir entfernt genau du bist trotzdem nicht so weit von mir entfernt würde mir an deiner Stelle so ein Denken geben ich spiele heute nicht so gut weiß man doch Einheit modernisieren weißt du was weißt du was ich mach das jetzt mal ähm wo sie denn dazu äh freundlich gesinnten Territorium wir finden also da schon mal ja ich kenn ja ich hab schon Planescape Tormand gespielt wer hat das nicht ich ach komm ja komm bannen hier tschüss aber ich hab Dungeon Lords gespielt Alter löscht dich hast du schon mal über Selbstmord nachgedacht und heute noch nicht dann wird es mal Zeit ne der Tag ist ja noch jung hast du noch die Zeit ja genau so wir machen mal eine Hauptstadtwelle aus so Einheit modernisieren Kompositbogenschütze ja erst mal eine Einheit modernisieren man hat ja das Geld ne so Einheit benötigt Befehle festsetzen Kompositbogenschütze ähm Moment mal wieso bist du jetzt einfach mal hier was ist doch da was äh bin ich jetzt blöd na ja da ist eine Straße war aber so auch ganz sehr